Ach cool, das ist das auch versteckt. Das ist sogar gut. Hä? Sput Bilberry? Ne, das glaube ich nicht. Wo ist da der Sinn? Warum wohnt das Kind hier alleine? Ey, das geht doch nicht, Alter. Das könnt ihr doch nicht machen. Pflasterstein, ja okay, das lässt sich realisieren. Sogar noch besser als Holz. Und es wird sogar hier besser hinpassen. Also das Komplett aus Pflasterstein ist perfekt, nämlich direkt. Ja okay, ein bisschen Holz von innen schadet nicht. Na, von außen jetzt auch nicht so unbedingt. Waiting for glass. Ja, das ist so schon gut. Nur das Problem ist folgendes. Sorry, dass ich jetzt immer wieder abbaue. Aber das Blöde ist halt, dass das ein weiter unten sein sollte. Weil man muss in den Eingang reinspringen. Das ist irgendwie... Ja, das ist irgendwie komisch. Ja komm, machen wir es einfach so. Zack, zack, komm, zack. Kostet ja nichts. Nur ein bisschen Arbeit. Zack. Ich hoffe, der kommt dann auch in die Kiste ran. Da nehme ich jetzt keinen Bock, die darunter zu bauen. So, das brauchst du bitte. Ja, natürlich. Der macht lieber Pause. Der dröhnende Höhlen-Sound. Zack, zack, zack. So, da gab es leider eine ganz kurze Unterbrechung. Aber wir gehen direkt weiter. Stört euch das eigentlich, wenn es zwischendurch mal ein Unterbrechen kommt? Weil leider ist das zwischendurch nicht vermeiden. Deswegen baue ich das halt zwischendurch so ein. Versuche den Übergang so schön wie möglich zu haben. Naja. Ich würde sagen, wir... Während dieser Stil da das Haus baut, züchten wir unsere Tierchen nach. Ich hoffe, das geht. Ja. Kann man ja, glaube ich, einmal am Tag machen. Dann sollten wir uns auch bald eine Bücherei oder so bauen können. Ich glaube, das kann man sogar machen mit... äh, mit der Mod an sich. Ich kann mal hier Wolle holen. Darum geht's mir hauptsächlich. Denn, Leute, wir brauchen ja Wolle für Gebäude. Ja, euch kann ich nicht scheren. So, tschüss. Viel Spaß noch. Ach, ist das schön. Wir werden immer unabhängiger, merkt ihr das? Unabhängiger von der Zeit? Nein. Von dem Kampf des Überlebens. So. So, Glas braucht er. Ah, Glas. Wie bekommen wir nur ganz viel Glas? Ich weiß ja nicht. Ja, cool, das habe ich nicht mal mit einem berechnet. Perfekt, ey. Es läuft gut, Leute. Es läuft gut. Es läuft alles, wie es laufen soll. Und dann haben wir hier vielleicht noch Glas über. Nö. Da noch dieser Kack, Simi-Lights. Alter, 16 Feuersteine. Holy shit. So. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Glas. Ein bisschen, ein bisschen Glas. Glas. Gehen wir mal mit. Woran hakt es denn jetzt? Hat er aber was gesagt? Ja, okay, Glas. Okay. Wait for Glas. Yes. Ja, das ist auf jeden Fall hier so besser, dass man da reinlaufen kann, weil... Nein, danke. Weil, ähm... Sonst muss man immer hier so... Hö, hö und so. Das ist komisch. Zwei Glas kostet mich so... Drei Glas kostet mich so ein Haus. Das ist viel zu teuer. Aber naja. Das gibt, glaube ich, von allen drei kleinen Häusern am meisten Miete, oder? Ja, deine Buildingskills werden bald hoch sein. Na, Treppen sind auch falsch. Ähm... Ja, können wir gleich gucken. Ja, cool. Hat er gebaut. Schön. Das ist das... Ach, cool. Das ist das auch versteckt. Das ist sogar gut. Hä? Spood Bilberry. Nee, das... Das glaube ich nicht. Wo ist da der Sinn? Warum wohnt das Kind hier alleine? Ey, das geht doch nicht, Alter. Das könnt ihr doch nicht machen. Alter, das arme Kind. Das wohnt alleine in der Wüste jetzt. Das ist halt... Ihr schuld, Programmierer. Ja, was denn? Ach, hier sind ja gar keine Treppen. Hä? Das könnt ihr doch nicht machen. Junge, der ist zwei Jahre alt. Äh? Der ist zwei Jahre alt, Mann. Zwei. Hä? Das geht nicht. Boah, du... Das tut mir voll leid, Mann. Da steht auch Living with Parents. Boah, das tut mir jetzt richtig leid. Ich fühle mich jetzt richtig scheiße. Hä? Das können die doch nicht machen. Warum machen die sowas? Aber cool, dass man das nicht sieht. Warum machen die sowas? Alter. Alter. Und es wird das andere Kind auch hier... Es wird ich eigentlich gar nicht. Es wird das andere Kind auch hier hinziehen, aber ich kann es ja nicht beeinflussen. Ja doch, irgendwie schon, aber... Ich will es nicht beeinflussen. Ey, das ist richtig komisch. Aber er wird eine Geschichte zu erzählen haben, wenn er erwachsen ist. Sag nicht, ich kann ihn auch arbeiten schicken. Warte mal. Talula, ha? Gott sei Dank, ey, dann... Hätte ich ihn aber auch sehr komisch gefunden. Okay. Wir bauen einfach mal weiter. Die GP Cottages. Build it. Ich hoffe, der nimmt das einfach aus der Kiste hier. Ja, cool. Und ich, äh, brauche etwas Kies. Bevor wir weiterbauen. Überlege ich gerade, wo kriege ich denn jetzt am schnellsten Kies her? Hm. Musste ich eine Höhle finden. Ah, Eichenholz... Ah, Kies, gut. Eichenholzbretter braucht der auch. Ja, okay. Kriegen wir schon alles zusammen. Ne, ich will das hier nicht... Ne, 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 ich mach das hier nicht. Weil da muss ich hier alles wieder zubauen. Das ist viel zu aufwendig. Tak, 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 tak. Dann geh ich lieber in die Höhle und dann... Aber baue ich mir das da ab. Das ist, das glaub ich besser. Ah, okay. Ja, okay. Was sagt die Kiste? Ja, gut. Henry, was sagst du dazu? Das Kind wohnt da alleine. In der Wüste, Mann. Das ist komisch. Das ist richtig komisch. Hm. Oh, Möltat. Vor allem vorher war es... Heimatslos. Alter. Ja, wenigstens hat sie jetzt ein Zuhause... ...getrennt von den Eltern. Das arme Kind. Jetzt hab ich vergessen, wo die Höhle war. Hm. Wo war denn die Höhle? Hm, hm, hm. Oh, ja. Cool. Klar, es können wir nicht mitnehmen. Wo war die Ölle? Die Ölle. Wo? Ja, hoch. Das tun wir aber auch mal mit. Haben wir ja mal hier eingebaut. Ja, wo war es nochmal? I'm very vergesslich. Kind of strange. Vergehst du da doch Urtalula? Alter, die Haut ist einfach mal blau. Das hab ich noch gar nicht bemerkt. I. Also, das hab ich... Das... Ich... Ich... Ich mein dich nicht. Ich finde... Dein Stil schön. Ja. Ja, wo war denn jetzt... Hä? Wo war die Höhle, Mann? Ich bin so verwehrt. Gucken wir mal hier rein und leuchten aus, bevor ihr alles spawnt. Was ist ja schon tot, wie wir sehen. Oh nein. Oh nein, Alter. Das gibt's doch nicht. Ja, gut. Machen wir was auch noch dazwischen hier. Zack. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man mit einer Schicht Erde hier ausklatscht. Oder wie auch immer man das nennen kann. Da geht's schnell kaputt. So. Tapp. Hier. Das ist ja kein Kies. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Keine Kohle. Nix, haben wir nix. Wir sind arme Säue. Ja. Gut. Dann... Gehen wir mal wieder hier hoch. Zack. Hm. Kies, Kies, Kies. Kies, 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 Kies. Kies, 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 Kies. Kies, 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 Kies. Dann machen wir einfach den Kies jetzt hier erstmal ab. Dann brauchen wir jetzt auch nicht mega viel oder so. Nur für den einen Weg da erstmal. Das reicht ja auch. Für den Anfang. So. Schön den Kies aus der Wand geklatscht. Hol mir noch die rechte Kohle. Denn ohne Fackeln fühle ich mich ein bisschen unsicher. Muss ich ja mal sagen. Dapp, dapp, dapp. So. Das bauen wir auch ab. Okay. Na, das könnte theoretisch reichen. Auch wenn's... Na, das reicht nicht. Ja, aber wir müssen ja noch nicht alles ausfüllen. Nein. Bad night. Zwischendurch werden Wörter gesprochen in meiner Playlist. Ach du Scheiße. Ich komme da nicht drauf klar, dass der hier wohnt. Hä? Okay, die Küste muss doch daneben stehen. Ja, toll. Sag mal, Kies hat dich verloren. Ja, geil. Okay. Okay. Dann komm mal hier. Zack. Äh. 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 Kies. Kies. Sand, Sand, Sand. Kies. Sand. Okay. Eichenholzbretter, Pipapo, Pflasterstein, Choose Building, Residential, GP Cottage. Das kommt... Das bringt ja nichts. Immer dieser Reflex, dass man alles automatisch in die Kiste packen will. Na. Ja. Ja. So ein bisschen sputen. Hör. Hör. Stirb. Warm. Ah, Spinne. Ich hoffe, hier läuft mir kein Kripper über den Weg. Kein Hitter, kein Kripper. Ah, stopp, stopp, stopp. Gehen, gehen, gehen. Ja, okay. Okay. Yo. Guten Morgen. Klar, das haben wir auf jeden Fall genug. Genauso wie Geld. Alter, der kleine Junge muss auch noch Geld bezahlen. Das geht doch nicht. Das geht ehrlich nicht. Wie viel muss er denn bezahlen? 8,63. 8,97 sind 34 Cent. Das muss er bezahlen. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Boah, das tut mir leid. Ach, komm schon. Naja, kleine Bugs passen natürlich immer mal im Spiel. So. Natürlich wird hier weiter Glas gebraten. Ist jetzt nicht so, als ob ich so viele Häuser bauen wollte, aber... Glas kann man ja immer gebrauchen. So, ich brauche jetzt Holz. Immer muss ja hier Holz sein. på da auf Kino. Zurück auf. Alles bitte. type fil int. se ne sopie. Wenn nein ett. Quell. Kinder wird drehen. En sí. keine kleugenPe�ANT. Bis zum nächsten Mal.